Wandel, Geschwindigkeit, neue Herausforderungen. Das alles erfordert schnelle Anpassung und Flexibilität. Die Lösung? Autonome, mobile Roboter. Unsere Open Shuttles. Open Shuttles arbeiten im Schwarm. Jeder Roboter weiß, was zu tun ist. Ganz nach dem Motto. Der Schwarm ist dort, wo die Arbeit ist. Open Shuttles arbeiten selbstständig und verteilen Aufgaben untereinander. Wer gerade Zeit hat und die Aufgabe am schnellsten erledigen kann, fährt los. Auch schmale Gänge oder Bereiche mit Menschen und anderen Fahrzeugen sind kein Problem und sind gerade keine Aufträge vorhanden, nutzen die Open Shuttles die Zeit zum Aufladen. Die Prozesse und Aufgaben verändern sich oder sogar die ganze Umgebung. Kein Problem für die Open Shuttles. Mit Hilfe des intelligenten Flottenmanagements lassen sich Fahrbereiche und Prozesse innerhalb weniger Minuten verändern. Wie praktisch wäre es, verschiedene Orte oder Prozesse miteinander zu verbinden. Diese Aufgabe übernehmen die Open Shuttles. Sie verknüpfen zum Beispiel den Wareneingang mit dem Lagersystem, bringen Waren zu Kontrollstationen, versorgen dezentrale Arbeitsplätze oder sind die flexible Schnittstelle zwischen Kommissionierung und Versand. Für Ihre Fahrten benötigen Open Shuttles keine Markierungen am Boden, sondern suchen sich ganz selbstständig den besten Weg. Wenn die Anforderungen steigen und mehr Leistung gefragt ist, lassen sich ganz einfach neue Open Shuttles in eine bestehende Flotte integrieren. Die Open Shuttles transportieren unterschiedliche Ladungsträger mit einem Gewicht von bis zu 100 Kilogramm. Zum Beispiel Behälter, Kartons, Trays oder sogar Leiterplattenmagazine und Roboterzellen. So bieten die Open Shuttles maximale Freiheit für die Handhabung von Rohstoffen, Komponenten, Waren oder Aufträgen und sind in vielen Branchen einsetzbar. Von der Automobilindustrie bis hin zum Lebensmittelhandel. Aber wie meistern die Open Shuttles das alles? In den schlauen Robotern steckt jede Menge Hightech. Sie nutzen Scanner und Sensoren, um ihre Umgebung zu erkennen, weichen Menschen und Hindernissen aus und navigieren sicher an ihr Ziel. Für noch mehr Flexibilität verfügen die Open Shuttles über eine automatische Hubvorrichtung und Breitenverstellung. So können sie Behälter von unterschiedlicher Breite und in unterschiedlicher Höhe aufnehmen und abgeben. Intelligent, flexibel und nützlich in vielen Prozessen in Produktion und Distribution. Das sind die Open Shuttles von Knapp.